hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to War 2 Rise of the Republic ja es zieht nach der Runde was für eine Runde haben wir denn 50 und wir sind immer noch winzig das problem ist wir haben riesen verbündete und ich bin eigentlich ich will eigentlich die vernichten also auf jeden fall werde ich zuerst die da die inseln vernichten und dann werde ich die vernähter bisschen provozieren und dann wenn wir Glück haben weil genau Diplomatie die Tacho nein 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 ich will das sieht die Tachuna Tachuna die sind nämlich militärischer verbündete mit den Rätern und die Räter mögen uns ja nicht ganz minus 100 das ist schon mal gut okay die mögen uns aber genau die Idee echt die mögen uns das ist aber nicht so gut wir sind die eigentlich unterwegs die mögen uns nicht ja okay dann werde ich mit den Delfinen da mit den Taras sein das nächste Mal Krieg anzetteln so probleme und das Problem ist aber dass ich mich nach Norden geschlagen habe mit meine beiden vollstärkern hin von dir gehören auch noch mal zu mir da werden ja das werden wir noch mal sehen also die brauchen also ich will ich würde dann oben um mal die die letzten ähm die letzten äh feindlichen Gebiete befrieden wie es die Römer immer so schön gemacht haben und dann werde ich ja wieder Richtung Richtung Süden marschieren echt jetzt er sagt dass er mich besiegt na dann ähm apropos ähm ich wollte mich noch entschuldigen dafür dass äh dass äh ich paar Runden ausgesetzt habe ich war letzte Woche ziemlich krank und äh wie ihr alle wisst ist gerade mein Meisterstück oder meine Meisterbriefung vor der Tür Meisterbriefung noch nicht erst im ähm in zwei Monaten glaube ich aber das Meisterstück muss halt entwickelt werden ähm und da gibt's bald die also in warte wenn das also am 26. März äh ist die Zulassungssitzung und bis dahin muss ich halt äh ja da sind die Schiffe bis dahin muss ich eben äh eine Mappe machen und so weiter und so fort es ist nicht ganz so easy so und er sagt dass er mich besiegt der Problem ist halt dass du mit denen nicht hinterherkommst so an sich ist das auch bisschen unlogisch finde ich weil um an sich ist das ja schon schon Prozent cool dass Prozent dass die Stationäre sind weil es sind Stationäre eben aber um die die Pioniers Einheit konnte die sehr schnell und sehr gut um um Prozent ja zusammenbauen wieder und Prozent dann was sie zusammengebaut und um dann halt Prozent vormarschieren und dann wieder neu auf und also naja egal in Prozent 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 das sieht aber schon heftig aus Prozent Prozent die haben Pferde hier habe ich schon einige verloren wir haben die versteckten feindlichen Einheiten also versteckt werden die auch nicht gut ich werde mal sagen der kommt noch hierhin das sind aber schon einige also die von hier an zu schießen müssen mich verarschen eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition auch Prozent als Punkt das erklärt aber einiges Warte an. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr schön. Bei einem hatten haben sie erwischt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hm. Nicht ganz so gut, aber das ist mir noch nicht. Ich bleibe mal da stehen und dann dürfen die werfen. Alter. Die Räuberte verreißen ihre Pflicht in die Pfähle. Befehle. 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 ausschöne immer in der Rückmeldung. Befehle. 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 Oh. Befehle. Wir sind schon an, zu schießen. Wenn wir messen. Kommandant, wir erwarten eure Befehle. Zu Befehlen. Zertzückel Sie. Und brechen Sie die Grenzen. Da kommt die Batterie. Zertzückel Sie. Jetzt kann man hinterher. Nein. Die Männer wanken. Leben. Auf die Waffe. So. Wir verlieren Boden. Auf die Geräume. Bis zum letzten Mann. Auf den. Leben. Super. Ja, wir hatten natürlich gewonnen. Das ist nicht so gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh, die waren echt heftige Erreichwerte. Hm. Ja, ja, ja. Und dann muss ich mal hoffen, dass die der bald seine Pfeile und seine Modulation verschießt. Ja, gegen eine Zone Reichweite habe ich halt wirklich... Alter, echt? Echt jetzt? Wieso? Oh, ihre Männer fliehen vor der Schlacht. Wirklich? Das ist ein schämtlicher Anblick. Okay. 280, 120, 120, das ist in Ordnung. Bei ihm eigentlich nur der da. Genau, das waren die, die mich aufgehalten haben. Die anderen waren nicht ganz so toll. Aber, ja, die Reichweite von dem ist echt wow. Ist echt krass. Hm. Da muss ich jetzt halt mit meiner Vollstack halt wieder da vorbeikommen. Das ist ja auch easy. Wobei, von unten kam jetzt auch noch eine. Hm. Ich hätte da nicht, äh, beide, beide, wollte der Kamin nach Norden schicken sollen. Es ist doch offensichtlich. Nö. 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 Wenn ihr mich nicht mögt, dann, äh, ist das nur von Vorteil für mich. So, okay. Jetzt haben wir endlich hier eine eine Stadt. Ja, das klappt. Das ist gut. So, ich hab dir jetzt nicht geplündert, weil, äh, ich hab hier nicht gescoutet und ich wusste nicht, ob, äh, der irgendwas hier in der Nähe hat. Deswegen. Aber, naja. So, dann, komm ich mal hierher. Du, äh, tötest mal allen von beiden. Mhm. Mhm. Die da. Mhm. Super. Ähm. So. Hier sieht's zu Hause aus. Ja, die haben natürlich das jetzt erobert. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Wie sieht's eigentlich da aus? Was hab ich da auch? Steuersatz. Ich brauch halt Kohle. Wo sind die Kohlen? Okay, weiter geht's. Na, vielleicht noch nicht ganz. Die grüne Legion. Ah, die gehören mir. Mache ich einen Strategen draus. Wie sieht's eigentlich hier aus? Ach, genau. Das ist ein, genau. Das ist ja die Familie, die so unglaublich, ähm, reich an Nachkommen sind, ne? schon krass, die hatten drei Söhne, daraus sind eins, zwei, drei nochmal gekommen und daraus sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und daraus haben wir, haben wir gerade vier, äh, sieben. Alter. Und bei den anderen Spielen habe ich, äh, einen der hat, äh, ich glaube das ist, äh, sogar beim Rum Let's Play oder Epirus. Und die haben, ähm, eine richtig gute Ehefrau, die gibt 30 auf Kinder. Oder eher nochmal zehn, äh, äh, plus Kinder. Ähm, aber echt jetzt? Ähm, und das, das ist echt heftig, weil, ähm, die bekommen einfach keine Kinder und hier habe ich eben so viele Kinder, dass ich, äh, ja, und kein Geld, um die Kinder eben zur Armee zu schicken. Und, äh, ja, 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 ja. J Wieso sehe ich, äh, was die Benete machen? Das ist, äh, sowas von uninteressant für mich. mit dem bin ich nicht im Krieg so eine Tochter wird erwachsen wenn wir schon mal beim Thema sind nein du du machst es jetzt nicht mehr das ist Mainz das ist das können wir aber das war H.H. Wurzeln Brauch Wohlstand Wohlstand Essen ist auch gut Essen brauche ich eigentlich nicht Wohlstand durch Unterhaltung das ist gut dann schaue ich mal was da unten gibt da ist eine Fullstack und Nogos hat hm okay dann lasse ich das mal eben da du machst mal ein Attentat das ist gut und ähm so ich will jetzt ich will den jetzt äh trüten gut äh was habe ich denn als letztes erforscht Ach krass hier Alter hier haben wir schon alles voll das ist natürlich heftig Unterhaltskosten für Seltener Seltener brauchen wir halt nicht Generalseinheiten was habe ich hier schon oh da bin ich auch schon weit Forschungsrate öffentliche Ordnung ich brauche aber Moneten Nahrung Baukosten weniger Steuersatz ist auch cool okay dann mache ich Steuersatz das ist gerade am wichtigsten du marschierst jetzt mal hier runter Alter das ist auch ein richtig heftiger Dude so das wäre schön mhm 3000 ja komm Bewegungsreichweite brauche ich uh Minus Unterhaltskosten neuer Aufschwung Verstärkung Unterhaltskosten weniger neuer Aufschwung Entweder äh Bewegungsreichweite damit ich schnell unten bin oder ähm Unterhaltskosten damit äh die bis sie unten sind nicht so viel kosten ich bin für weniger kosten ich bin für weniger kosten hat er heute stürmt so krass draußen das ist echt heftig super heftig jetzt muss ich jetzt muss ich halt erschauen dass oben dann werden wir nächste Runde eine super große Schlacht sehen hoff ich ich muss halt aufpassen dass oben keine keine Rebellion oder so passiert äh okay das ist natürlich äh der letzte Versuch also ich weiß nicht warum er mit der Fullstack Armee nicht versucht hat weil ähm ja das wäre halt wichtig gewesen ich versuche den mal jetzt ähm also ich werde die Armee von ihm jetzt nicht äh töten weil ich will dass er nach hier äh hier reingeht das wäre richtig cool das wäre super besorgte Bevölkerung ja jetzt geht's dir ja wieder ganz gut ne aber natürlich hat er sich eingebunkert so eine Blödmannnäkel er hat sich eingebunkert aber trotzdem werden wir das spielen weil er hat dann nicht viel gute Einheiten zum einbunkern die Pferde kann er wegschmeißen äh und die da sind sehr gut ähm zum äh für die Eingänge zum äh genau ihr wisst schon und ähm ja die Krieger sind äh eher gut für Flankenmanöver genau gut dann äh danke fürs Zuschauen nochmal Entschuldigung für die kleine Pause und äh ja bis zum nächsten Mal bye Bis zum nächsten Mal.